Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde, App wie zu schön um wahr zu sein, wo ist der Haken, wir haben da eine Dividendenrendite aktuell von 5,5%, wir haben fundamentale Kennzahlen, die auf eine extrem oder sagen wir mal eine sehr deutliche Unterbewertung hinweisen, wir haben steigende Gewinne laut den Prognosen, steigende Cashflows, wir haben bereinigtes KGV von unter 10 und all das deutet auf ein schönes Schnäppchen hin. Auf eine wirkliche Kaufgelegenheit und das bleibt auch den Aktienfinder Mitgliedern nicht verborgen, das heißt wir haben hier zum Beispiel in der Aktienfinder Community in der Gruppe in sehr vielen Posts Anfragen zu App wie bekommen und nett wie ich bin habe ich versprochen, ich schaue mir die Aktie mal an, ich hatte sie mir schon mal angeschaut von einer gewissen Zeit, jetzt machen wir das Ganze nochmal und wir suchen nach dem Haken und ich kann eines schon verraten, es gibt ihn tatsächlich. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal jetzt in den Aktienfinder rein, machen Nägel mit Köpfen, mein Name ist Thorsten Thiet, ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, hier geht es ums langfristig investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden genau zu profitieren. Dann habe ich hier ja einen Merkzettel und ich fange da an, wo ich im letzten Video aufgehört habe mit den Top 50 aus dem Herbst. Das sind eure Aktien, die in der Gunst ganz oben stehen, anhand der Kauflimits ermittelt, wer das Video nicht gesehen hat, ist herzlich eingeladen das zu tun, ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben und dann wenden wir diesen Merkzettel mal an und da ist App wie enthalten, hier schon an zweiter Stelle, alphabetisch sortiert. Und wir gucken uns mal ganz kurz die fundamentalen Kennzahlen so an und dann wird deutlich, dass App wie oder warum viele Mitglieder auf App wie aufmerksam werden. Ich habe das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen vergrößert, also ich klicke mir mal App wie an und dann haben wir hier eine Dividendenrendite von 5,5%. Ist soweit schon ganz ordentlich, da liegt die Allianz noch etwas drüber und BASF auch. Wir haben dann aber auch hier ein Wachstum der Dividende, ein jährliches Wachstum auf die letzten 5 Jahre bezogen von 20% und 50%, um 15% soll die Dividende auch im laufenden Geschäftsjahr steigen. Und da unterscheidet sich dann App wie von der Konkurrenz wie Allianz und BASF doch ganz deutlich, weil das Dividendenwachstum einfach stärker ist. Und dann haben wir auch noch hier hinten raus auf die Kennzahlen relativ Dinge, die auf Qualität hindeuten. Die Stabilität des Gewinns, so oh la la, weder schlecht, aber auch nicht besonders hervorragend mit 0,7, dafür einen stabilen operativen Cashflow. Auch die Umsätze mit 0,98 sind sehr, sehr gut. Das heißt, es ist hier durchaus Qualität vorhanden. Und wenn man dann zum Beispiel noch zurückkehrend zur Dividende mal schaut, wie sich die Dividendenrendite historisch so entwickelt hat, dann ist es doch ganz positiv, beziehungsweise wir sind hier nah am Höchstkurs mit dieser Dividende von 5,5%. In der Vergangenheit haben wir deutlich weniger bekommen und die Dividende soll ja auch noch weiter steigen. Das reicht eigentlich schon aus, damit man relativ schnell aufmerksam wird auf AppWi, wenn man den Dividenden nicht ganz abgeneigt ist, hohen Dividenden nicht ganz abgeneigt ist. Kurz was zu AppWi selbst, Hersteller von Medikamenten, Bio-Pharma-Unternehmen eigentlich. Und die haben das am besten sich verkaufende Medikament der Welt namens Humira. Und da kommen wir auch nochmal drauf. AppWi ist gegründet worden im Jahr 2013. Du kannst hier sehen, 2013, da fängt auch der Dividendenturbo an zu ticken, war ein Spin-off von Abbott Laboratories. Und was sie machen, also was AppWi macht, die erforschen Medikamente, die werden eingesetzt gegen Rheuma, Krebs, gegen Viren wie Hepatitis C, HIV, also Aids, aber auch Nervenleiden wie Parkinson und so weiter. 72% des Umsatzes werden in den USA erzielt, weniger als 3% vom Umsatz in Deutschland, 11% in der EU. Wir kommen nochmal auf Deutschland zurück. Ja, und das klingt ja jetzt alles wahnsinnig toll. Also sie haben diesen einen Blockbuster, Humira. Und das ist aber auch schon das eigentliche Problem. Denn Humira wurde 2002, 2003 zugelassen. 2002 glaube ich in den USA, 2003 in Europa. Hat sich zum absoluten Blockbuster entwickelt, dieses Medikament. Und wir werden gleich sehen, dass AppWi knapp 70% der Umsätze im Jahr 2019 mit diesem einen Medikament gemacht hat. Das Problem ist jetzt die große Abhängigkeit von diesem Medikament. Denn der Patentschutz droht auszulaufen in den USA und er ist schon ausgelaufen in Deutschland beispielsweise im Oktober 2018. Was ist dann passiert? Dann kamen sogenannte Biosimilars auf den Markt von Konkurrenten von Amgen, Sandoz, Boehringer, Ingelheim. Und die haben innerhalb eines Jahres AppWi ungefähr, also knapp 50% des Marktes weggenommen. Mit einer aggressiven Preispolitik üblich soll es sein, bin da kein Experte, habe mich aber eingelesen, dass die Biosimilars mit ungefähr 20% Rabatt auf den Markt kommen. Da hat Boehringer Ingelheim, wenn ich mich richtig erinnere, gleich mal richtig aufgedreht, hat 40% unterboden. Alle anderen sind dann nachgezogen. Und das hat dann zur Folge gehabt eben, dass es einen harten Preiskampf gegeben hat. Und AppWi knapp 50% des Marktes verloren hat in Deutschland innerhalb nur eines Jahres. Und wenn man jetzt weiß, dass der Patentschutz in den USA vermutlich im Jahr 2023, also in weniger als drei vollen Jahren ausläuft, dann kann man den Teufel an die Wand malen und sagen, dass von dem einen Medikament, das jetzt irgendwo zwischen 60 und 70% des Umsatzes macht, ich glaube 2018 waren 70% und jetzt sind es schon weniger, aber es sind immer noch über 60% des Umsatzes macht. Und da bricht man die Hälfte weg, also dann geht ein Drittel des Umsatzes des Unternehmens verloren. Und dass das wehtut, ist eigentlich klar oder sollte eigentlich klar sein. Jetzt haben wir hier ein Problem, wenn wir hier den Qualitätscheck angucken, im Aktienfinder, da haben wir die Vergangenheit, den letzten Stand und die Zukunft. Und wir haben die Zukunft hier für das laufende Geschäftsjahr und dann nochmal drei weitere Geschäftsjahre. Und erstens, erst soll es nochmal richtig, richtig hochgehen, bei den Umsätzen soll es schön hochgehen. Das sieht man zum Beispiel, wir haben 2019 Umsätze gehabt von 33 Milliarden US-Dollar. Und jetzt in 2020 laufendes Geschäftsjahr 12 Milliarden, 12 Milliarden, gut mehr, etwas mehr sogar als 12 Milliarden. Und dann haben wir hier eben den Gewinn pro Aktie und der soll ja dann ebenfalls durch die Decke gehen hier, im Jahr 2021, 2022. Und das sieht doch erstmal sehr positiv aus. Wir können aber schon erkennen im Aktienfinder, dass wir haben hier Schätzungen für den operativen Cashflow und die bilanzierten Gewinn noch für 2023 und dass es hier wieder nach unten gehen soll. Da muss man jetzt vorsichtig sein. Die Schätzungen sind oft mit Vorsicht zu genießen, weil es sein kann, dass hier viele Analysten weggefallen sind beziehungsweise nur noch wenige Analysten das schätzen, dass es dann zu Verzerrungen kommt durch Durchschnittswertberechnung. Aber in diesem Fall ist das sogar realistisch. Auch der sinkende Umsatz plötzlich ist realistisch. Denn 2023 wird ja das erste Jahr sein, in dem der Patentschutz in den USA für Humira vermutlich auslaufen wird. Vermutlich, weil FV alles tut, um das hinaus zu zögern. Die haben da eine ganze Mauer von Patenten und begleitenden Patenten nach oben gezogen und versuchen dann den Auslauf so weit wie möglich des Patents hinauszuschieben. Teilweise, wo es schon nicht geklappt hat, habe ich gelesen, wie in Holland, da gibt es schon Biosimilars, hat wieder eine andere Strategie entwickelt, eines extremen Preiskriegs und Druck zu machen auf die Abnehmer. Das heißt, die haben mit extremen Rabatten, beispielsweise bei Großabnehmern wie Krankenhäusern, geworben, aber diese extremen Rabatte, 85% übrigens, nur dann in Aussicht gestellt, wenn komplett Humira als Wirkstoff nur von FV genommen wird und es gibt keine Mischungen, dass die Krankenhäuser einen Teil auch von Biosimilars einsetzen und nur einen Teil quasi bei FV bleiben, quasi alles oder nichts. Und so will dann FV den Markt sichern und auch unattraktiver machen für Biosimilars. Das ist was, was in Holland passiert ist, aber auch das mit so Extremrabatten schlägt natürlich dann, wenn man sowas macht, extrem auf die Margen durch und auch das wäre natürlich etwas, was für Aktionäre sehr unschön wäre. Jetzt, wie reagiert das Management da drauf auf diese Gefahr bezüglich Humira? Wir haben schon ein bisschen was erwähnt mit dem Preiskrieg, aber ein Preiskrieg ist keine echte Lösung, weil ein Preiskrieg würde zu rückläufigen Margen und rückläufigen Gewinnen und damit auch verbunden einen rückläufigen Aktienkurs und vielleicht Dividendenkürzungen führen. Besser wäre es, wenn AppV neue Medikamente auf den Markt bringen könnte, die diesen Umsatzverlust ausgleichen könnten. Und da kann ich euch mal ein bisschen was zeigen. Und zwar hier gibt es, nein hier ist es, die Umsätze und zwar nach den einzelnen Medikamenten hier. Das ist die FactSet Workstation und da haben wir hier die Vergangenheit. Da seht ihr hier die gesamten Umsätze von AppV. Das ist also das hier, was ihr hier sehen könnt, diese gelbe Fläche. Und dann seht ihr hier Humira, dieses eine Medikament. Also im Jahr 2019 Humira über 19 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Und die gesamten Umsätze betrug ungefähr 33 Milliarden. Also etwas mehr als 60 Prozent vom Umsatz nur mit diesem einen Medikament. Und wenn ihr jetzt mal schaut, was die Analysten meinen, dann seht ihr, dass Humira der Umsatz sich noch etwas steigern soll. Es ist das am meisten verkaufte Medikament der Welt. Der Umsatz soll weiter steigen. Der Wirkstoff selbst, also nach wie vor gefragt. Aber dann in 2023, ich mache es noch ein bisschen größer. Aber dann in 2023 hier haben wir plötzlich einen Einbruch um 5 Milliarden. Weitere über knapp 4 Milliarden Einbruch im nächsten Jahr. Und dann nochmal knapp 4 Milliarden Einbruch nochmal ein Jahr drauf. Sodass der Umsatz dann sich umfasst, ja fast nur noch ein Drittel ist vom ursprünglichen Umsatz in 2022. Alles Schätzungen. Wir sehen dann, was die anderen Medikamente an Umsatz machen. Dann gibt es noch dieses Umbrubica. Ich weiß nicht genau, wofür das gut ist. Das ist dann das zweitstärkste Medikament. Und das soll auch noch das Wachstum anziehen. Aber es kompensiert eben nicht den Rückgang von Umira. Und alle anderen Medikamente, die da so noch hier aufgeführt sind, die bereits Umsatz generieren, reißen es ebenfalls nicht raus. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, hier dieser Umira-Umsatzverlust kann nicht kompensiert werden. Jetzt seht ihr übrigens aber trotzdem, dass obwohl der Umsatz hier stark zurückgeht, und er nicht kompensiert werden kann, dass die Sales hier, die gesamten Umsätze von AppV, hier nur ganz leicht zurückgehen. Das heißt, wenn ihr hier alles aufsummiert, das habe ich nämlich getan, dann bekommt ihr nicht auf die Sales. Das heißt, da fehlt noch was. Da fehlen entweder neue Medikamente, die hier in die Schätzung eingeflossen sind. Oder, und jetzt kommt noch was anderes, was man wissen sollte, wenn man AppV analysiert, Akquisitionen. Denn AppV akquiriert auch neue Unternehmen. Und das ist zu neuen, man kann ja über die neuen Medikamente kommen, über Eigenentwicklung oder durch Zukauf. Und AppV macht beides. Die haben nämlich Allergan gekauft am 8. Mai 2020. Ein dunkler Tag der deutschen Geschichte. Oder je nachdem, auch ein heller Tag der deutschen Geschichte, je nachdem, ob man es sehen möchte. Je nachdem. Also hier könnt ihr übrigens sehen, der Kauf hat stattgefunden 2020. Und der ging über einen Betrag von 16 Milliarden US-Dollar, wenn ich mich jetzt... Ne, der muss mehr gewesen sein. Ich bin gerade im Überlegen. Ich glaube, es waren über 60 Milliarden US-Dollar. Und Umsatz hat Allergan 16 Milliarden gemacht in 2019. Und der Kaufpreisbetrug, wenn ich mich richtig erinnere, über 60 Milliarden US-Dollar. Also der war sehr hoch und interessant ist, dass man kann hier an der Entwicklung der Bilanzstruktur erkennen, wie sich AppV darauf vorbereitet hat, auf diesen großen Brocken zu schlucken. Und zwar war das die Bilanz vorher. Und im Jahr 2019 hat man das Ding quasi festgemacht. Da war schon klar, dass man Allergan übernehmen wird. Also hier und hier hat dann die tatsächliche Übernahme stattgefunden. Und man kann jetzt interessant sehen, wie sich die Bilanzstruktur verändert hat. Man musste hier im Jahr 2019 quasi sich auf die Übernahme vorbereiten. Hat neue Schulden aufgenommen von 68 Milliarden auf 97 Milliarden. Also man hat knapp 30 Milliarden Schulden aufgenommen. Hatte dann hier eine Menge Cash. Das ist diese Fläche hier. Hatte dann also knapp 40 Milliarden an Cash. Im Jahr vorher waren es noch 8 Milliarden. Also 32 Milliarden plötzlich mehr an Cash. Und hier erfolgt dann tatsächlich der Kauf. Da ist dann der Cash wieder zurück auf 6 Milliarden. Also 33 Milliarden quasi wieder ausgegeben an Cash. Und eigene Aktien sind auch verschwunden. Das heißt, auch bezahlt wurde die Übernahme durch Cash und eigene Aktien. Von Allergan, das ist verschwunden. Man hat nochmal neue Schulden gemacht, wie du hier sehen kannst. Also an dieser roten Fläche. Und am Ende gab es noch eine Menge Goodwill, weil man Allergan übernommen hat. Für mehr als das Unternehmen wert war, laut dessen Buchwert, der Goodwill ist dann gestiegen, von 15,6 auf 42,6 Milliarden. Also um 27 Milliarden US-Dollar. Es gab auch noch kleinere Übernahmen immer wieder. Aber die Übernahme von Allergan stellt alle anderen Übernahmen in den Schatten. Und auch dadurch versucht das Management gegenzusteuern, um eben an neue Umsatztreiber, sprich neue Medikamente zu kommen. Um eben für die Ära nach dem Ablauf von Omira, insbesondere in den USA, gewappnet zu sein. 72 Prozent, wie gesagt, des Umsatzes, Gesamtumsatzes, werden ja in den USA erzielt. Gut, und ich habe jetzt mal noch eine kleine Excel-Grafik vorbereitet, um dir mal jetzt das Gesamtbild zu zeigen. Und das ist es. Wenn man jetzt die gesamten Umsätze sich mal anschaut und dann hier aufeinander quasi stapelt, vom Jahr 2016 bis geschätzt 2025, dann gibt es, wie ich finde, drei interessante Blöcke. Das einmal ist der Block Humira. Und da siehst du eben, wie der Umsatz sich entwickeln soll. Also er läuft jetzt im Prinzip zeitwärts, ganz leichte Steigerung in den nächsten Jahren. Und dann ab 2023 verliert Omira ganz stark am Umsatz. Dann haben wir hier, was ich einfach mal nenne, Other Drugs. Das sind interne, intern entwickelte Medikamente und die Umsätze davon. Da wird natürlich auch versucht, gegenzusteuern. Und dann haben wir noch Umsätze von Medikamenten, die quasi zugekauft sind, in erster Linie von Allergan. Und ihr seht, ab 2020, also ab diesem Geschäftsjahr, gibt es dann Umsatzbeiträge von Allergan. Wie gesagt, im Mai hat dann die Übernahme stattgefunden. Und das komplette Bild würde dann eben so aussehen mit der Umsatzentwicklung. Also hier und dann gibt es hier zum 2020 beginnend so einen starken Anstieg durch die Allerganübernahme. Und dann flacht der aber plötzlich wieder ab und einen leichten Rückgang. Und dieser leichte Rückgang ist eben in erster Linie dem Humira Umsatzrückgang geschuldet. Und das ist im Prinzip das hier, was ihr hier sehen könnt, nur auseinander gedröselt, weil das eben was sehr unternehmensspezifisches ist. Das kann jetzt ein Aktienfinder an sich so nicht leisten, dass der das so ins Detail geht und die Umsätze eben so klastert, wie ich das hier getan habe. Da muss man halt schon ein bisschen tiefer ins Detail rein krammen. Gut, jetzt wissen wir im Prinzip, wie die Situation aussieht. Und jetzt können wir nochmal die Fundamentalanalyse machen, um besser zu beurteilen, ob wir immer noch denken, dass App wie Einkauf ist. Man müsste jetzt im Prinzip das Ganze, es wäre jetzt halt natürlich interessant zu wissen, wie es weitergeht. Also wir haben jetzt erstmal noch die problemlosen Jahre, wenn ich es mal so nennen darf, bis einschließlich 2022 und ab 2023 wird es dann interessant, wie es tatsächlich weitergeht. mit Glaskugeln. Wir wissen es nicht, wir wissen nur, es gibt ein hohes Risiko. Hohes Risiko, Abschlag im Aktienkurs. Auf dem Gegenteil, ich halte wieder hohe Dividendenrendite durch den Abschlag beim Aktienkurs. Da würde ich mal sagen, wer gehen wir mal in die Bewertung rein? Und hier sehen wir die dynamische Aktienbewertung von App wie. Wir sehen den Aktienkurs jetzt auch. Und da sehen wir hier, dass der Markt, der hat mal App wie so richtig nach oben geschickt. Die Aktie hat mal 123 US-Dollar gekostet. Und momentan ist er für 85 zu haben, ist aber auch schon mal nur halb so viel wert gewesen, 64 US-Dollar wert gewesen, zwei Drittel so viel wert gewesen. Also eine sehr rucklige Seitwärtsbewegung die letzten drei Jahre. Und jetzt ist natürlich interessant, wie es mit der Bewertung aussieht. Wir haben momentan, kann ich euch hier auch gerne zeigen, hier seht ihr die KGVs, KCV, zwei KGVs, hier übrigens auch die Dividendenrendite, das haben wir vorhin ja schon gesehen. Und da seht ihr im Prinzip, wenn ihr das KGV, das bereinigte KGV anschaut, schaut in das KCV, gleiches wie KGV, nur auf dem operativen Cashflow basierend, dass die Aktie günstiger wird im Zeitverlauf. Ich mache mal ganz kurz dieses, das hier weg, dann sieht man es besser. Das bereinigte KGV von knapp 15 auf 9. Und beim KCV von 13,5 auf knapp 10. Also die Aktie ist so gesehen günstiger geworden. Wenn ihr das bilanzierte KGV anguckt, dann seht ihr, dass es so ein bisschen wackelt. Und das hat damit zu tun, dass das bilanzierte KGV sehr ungleichmäßiger, unregelmäßiger, unstabiler, wie auch immer ihr das sagen wollt, verläuft als das bereinigte. Ich habe mal nachgeguckt, mal kurz zurück zu Factset, der Workstation. Ihr seht hier das Earnings Per Share. Das ist das bereinigte. Das verläuft relativ harmonisch steigend. Es soll sinken im Jahr 2023. Und dann soll es seitwärts laufen. Alles sehr starke Glaskugel hier. Und dann haben wir hier den bilanzierten Gewinn nach Gap. Da seht ihr hier, was das für große Differenzen sind. Also der ist immer niedriger als der bereinigte Gewinn. Und wenn ihr wissen wollt, woran das liegt, dann seht ihr hier ganz viele einzelne Positionen. Von Rechtsstreitigkeiten bis Abspaltung bzw. Verkäufen über irgendwelche Steuerreformen, also US-Steuerauswirkungen, noch mehr Streitigkeiten, diverse Abschreibungen, diverse Sonderkosten aufgrund von Übernahmen, nochmal Übernahmen, Rechtsstrukturierung, schlag mich tot. Und alles Mögliche in nur vier Jahren, was sich das Management da ausgedacht hat, um den Gewinn zu bereinigen. Das übersteigt jetzt quasi diese Analyse, ob man das jetzt alles so glauben mag oder nicht. Wir haben aber im Aktienfinder immerhin mal beides anzubieten und können jetzt auch alles angucken. Und zwar haben wir hier den höher und gleichmäßig stabil verlaufenden bereinigten Gewinn. Das ist diese braune Fläche, hier das erste Jahr mit dem Gewinnrückgang. Und dann haben wir hier, ich mache die Dividende mal weg, dann sieht man es besser. Und dann haben wir hier die grüne Fläche und das ist dieser unregelmäßig verlaufende Gewinn. Das heißt, der bilanzierte Gewinn, der niedriger liegt. Und dann haben wir hier noch gelb hier, den operativen Cashflow, der relativ harmonisch, muss man sagen, mit dem bilanzierten Gewinn verläuft und eigentlich unterstützt, dass der bilanzierte Gewinn gar nicht so unrealistisch ist beziehungsweise, dass er sich nah an den tatsächlichen Geldströmen orientiert, während der bilanzierte Gewinn immer sehr viel niedriger ausfällt. Also wenn ich das schon sehe, würde ich auch dazu neigen, tatsächlich den bilanzierten Gewinn wegzumachen in der Bewertung. Wir nehmen erstmal alle rein und dann gucken wir mal, wie das Bild aussieht. Dann siehst du das hier. Jetzt klicke ich mal die ganzen Flächen hier weg, die Fundamentalkrößen. Ansonsten ist es zu überladen. Dann sehen wir hier, dass die Aktie teils überbewertet war. Am Anfang jedenfalls. Dann nochmal relativ stark bis 2017. Das war, als der Aktienkurs so durch die Decke ging. Und dann haben wir aber eben auch größere Abweichungen in der Fair Value Berechnung, die hier vierfach parallel durchgeführt wird, auf den unterschiedlichen Größen beruhend. Und da würde ich dann tatsächlich hier die grüne Fläche, das heißt den bilanzierten Gewinn, wegknapsen, weil der einfach sehr unregelmäßig verläuft. Und dann bleiben hier drei faire Werte übrig. Und die sind auch relativ harmonisch beieinanderliegend, insbesondere hier für den letzten Ist-Stand. Wo haben wir ihn? 30.06.2019. Da wäre die Aktie dann fair bewertet bei rund 120 US-Dollar. Und wo geht es weiter? Hier wäre dann genau bei 130 US-Dollar, 132 US-Dollar. Das wäre dann der fair wert beruhend auf dem laufenden Geschäftsjahr. Jetzt ist natürlich das Problem, hier hinten raus, diese hohe Ungewissheit. Und das wäre jetzt was, wo ich jetzt mal so ganz spontan sagen würde, da wäre ein Abschlag gerechtfertigt. Und das können wir ja hier machen. Wir haben jetzt diese drei Größen. Ich würde damit, wenn ich zu viele Abschläge mache, den fairen Wert Dividende mal rausklicken und vielleicht auch den operativen Cashflow als noch leicht unzuverlässiger als den bilanzierten Gewinn, den bereinigten Gewinn auch mal rausknipsen. Dann wäre es eben noch einfacher. Und dann können wir hier das bereinigte KGV, können wir sagen, 12.06 ist uns zu viel, wir wollen einen Risikoabschlag haben. Ich gehe runter auf 10 und dann seht ihr das hier. Das heißt, dann wäre die Aktie immer noch unterbewertet. Jetzt machen wir mal noch das Gleiche mit dem fairen Wert basierend auf dem operativen Cashflow. Da könnten wir auch sagen, wir gehen runter auf, jetzt gucken, ob der historisch, der liegt historisch betrachtet leicht unter dem KGV, dem bereinigten. Dann gehen wir hier auf 9 und dann würden wir sowas haben. Da wäre dann die Aktie quasi nur noch ganz, ganz leicht unterbewertet auf dem laufenden Geschäftsjahr basierend. Und dann können wir mal hier so Hilfskurse einblenden. Dann können wir vielleicht nochmal einen Abschlag machen und dann siehst du das hier. Und dann hätten wir auch das Jahr eine Rendite von 12,8%. Die sind eben aus Dividenden und Kursgewinnen zusammensetzt, ein bisschen mehr Kursgewinne. Und ja, das heißt, selbst wenn man hier nur Abschlag macht, wäre die Aktie unterbewertet. Gut, Fazit. Für Fans hoher Dividenden, die sich bewusst sind, dass sie dann nach hinten raus ein Risiko haben, kann er wie durchaus attraktiv sein. Wenn man sich AppV ins Depot holt, dann sollte man halt ein schön diversifiziertes Depot haben. Das heißt, auf keinen Fall AppV übergewichten aufgrund des doch hohen Risikos nach hinten raus. Wenn man jetzt AppV einfach so als Depot bei mir schon noch mit rein nimmt, dann würde ich sagen, wenn man sich des Risikos bewusst ist, dann würde ich sagen, ja, nicht unbedingt eine schlechte Idee. Das soll jetzt keine Kaufempfehlung sein, um Himmels Willen. Das ist jetzt eben nur meine persönliche Meinung, nachdem ich das so angeschaut habe. Also ja, es gibt einen Haken, wenn man sich hier oberflächlich einfach nur diese dividendenbasierten Kennzahlen anschaut. Zu schön, um wahr zu sein. Hohe Dividende, hohes Dividendenwachstum, auch aufs laufende Geschäftsjahr hinaus. Dann vielleicht noch, man sieht hier, dass auch die nächsten Geschäftsjahre der Gewinn und Umsatz und Cashflow ganz stark anziehen sollen. Sieht alles super aus. Aber wie ich jetzt schon ausgeführt habe, es gibt eben ein ganz starkes Risiko nach hinten raus, nach weiter hinten raus. Gut, ich hoffe, ich hätte AppV damit soweit abgehandelt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie unter dem Video oder in der Aktienfinder-Community auf Facebook. Man sieht sich. Ciao.